Herzlich Willkommen zu Locker mit Docker. Heute der Mail-Server. Ich habe im April meinen Server aufgesetzt und habe mich mit einem Mail-Server rumgeärgert. Und Mail-Server sind echt üble Zeitgenossen. Ich würde sogar sagen, ich hasse Mail-Server. Und es hat mich so viel Schweiß, Blut und Tränen gekostet, dieses Ding zum Laufen zu bekommen. Also ich habe Thomas Leisters Artikel über einen Arbeitskollegen gefunden und der hat ein richtig gutes Tutorial geschrieben, wie man so einen Mail-Server am besten auf Ubuntu zum Beispiel einrichtet. Das ganze Ding habe ich dann umgesetzt und auf meinen Server gepackt und ich hatte einen laufenden Mail-Server. Und dann musste ich meinen Server neu aufsetzen, weil ich umgezogen bin mit dem Server. Ja, blöd. Und das ganze Spiel ging von vorne los. Und ich dachte mir, mein Gott, ich hatte dann noch so ein paar andere Server, die ich da konfiguren musste, auch mit dem Mail-Server. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jedes Mal diese ganze Scheiße machen muss, raste ich aus. Also habe ich mir gedacht, wir haben doch da Docker. Das war auch der Tag, oder das war auch der Zeitraum, bei der ich meine ganze Server-Farm umgestellt habe auf Docker komplett. Auf jeden Fall möchte ich euch heute alles an die Hand geben, damit ihr ganz schnell, ganz einfach, euren eigenen Mail-Server in einem Docker-Container aufbauen könnt. Dazu gibt es auf Bitbucket, ich weiß nicht, warum ich es nicht auf GitHub gepackt habe, ich habe auf Bitbucket gepackt. Und da liegt ein Docker-Mail-Server-Repro. Da drin ist auch schon der Startbefehl zu sehen. Und ich zoome da mal rein. So, da haben wir hier diese wichtigen Konfigurationsdateien, ein Docker-File, ein bisschen SQL-Konfig-Kram und den ganzen Protz, den man so braucht. Mit dem man sich immer ärgert. Dann der Startbefehl. Ganz einfach. Docker-Run. Unser Lieblingsbefehl. Alles, was mit Docker-Run beginnt, wird am Ende gut. Gut, dann die Ports 25, 587, 110, 143, 995 und 993. Dann mounte ich das ganze Ding noch auf die lokale Festplatte von dem Server, weil ich möchte die Mails ja dauerhaft speichern, ich möchte nicht, dass sie verloren gehen. Und das Log-File natürlich auch, damit ich schön gucken kann, was da los ist. So, und jetzt noch ein paar Environment-Variablen, die dafür sorgen, dass der Mail-Server auch das machen kann, was er soll. Und zwar brauchen wir einen Datenbank-Host, einen Datenbank-Benutzernamen, einen Datenbank-Passwort, einen Datenbank-Namen, der Host-Name des Mail-Servers, also meine Top-Level-Domain, zum Beispiel RankTube-TV, und dann die Host-E-Mail-Adresse, quasi die E-Mail-Adresse des Administrators des Web-Servers, die muss da eingestellt werden. So, und dann starte ich den Container, in dem Fall hier Müller-Mail-Server, weil das ganze Ding liegt natürlich auch auf Docker-Hub. Ich packe, ich packe, ich packe, ich packe beide Links natürlich, wie immer, unten in die Beschreibung, damit ihr es schneller findet. So, und jetzt zum Docker-Hub-Container. Hier liegt kein Docker-File, sondern ich habe tatsächlich den Docker-Container hierhin gepusht, oder verschiedene. Und zwar habe ich hier momentan Working, Running, Static, SSL und Latest. Und dann steht hier nochmal kurz beschrieben, was gesetzt sein muss, und welche Volume man sharen sollte, kann. Und dann noch das SSL-Volume. Und mit dem SSL-Volume kommen wir wieder zurück zum GitHub. Da stehen nämlich noch zwei Befehle. Und zwar, und zwar habe ich hier unten noch den Befehl aus dem Let's Encrypt-Video, was ich mal hier oben verlinken werde mit so einem Bubbelbläschen. Kann man sich dann einfach die neuen Zertifikate, SSL-Zertifikate generieren, die dann auch autorisiert sind von Let's Encrypt. Und dann gibt es hier noch den Befehl als kleine Hilfestellung, wie man ein Passwort generieren kann, das man dann in die Datenbank eintragen kann. Und ja, soweit funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Und das war es im Grunde schon. Ich starte meinen Docker-Container mit dem Mail-Server. Ich packe mir vielleicht noch ein paar SSL-Zertifikate in diesen Mount-SSL, die ich mir vorher generiere. Ich mache mir ein Passwort. Und was kann dieser Mail-Server jetzt eigentlich? Ja, der Mail-Server kann E-Mails empfangen, E-Mails auslesen, POP3, IMAP. Er kann Catch-All-E-Mails. Das war es auch schon von Locker mit Docker, der Mail-Server. Total einfach, total easy. Nie wieder Ärger mit den Mail-Servern. Krieg den Mail-Servern. Revolution. Und ihr werdet es auch schaffen. Wenn euch der Core-Container gefällt, lasst den Daumen da. Und ansonsten, wenn ihr mehr davon haben wollt, abonniert meinen Kanal. Ich werde regelmäßig neue Locker mit Docker-Videos drehen und sie euch hier zur Verfügung stellen. Also bis dann.